Hauptsache, jeder hat ein spezielles Talent, woran man ihn erkennt. Was man so tut und was man so sagt, das versüßt dir deine Tat. Weil diese Gehalte-Takt stets etwas Besonderes hat. Mein V-Effektor ist Freundlichkeit. Stärke, na klar. Klasse! Mein V-Effektor ist die Führungsstärke. Ich bin in meiner Erklärung. Ganz süß! Sauer! Hauptsache, es hat Power! Etwas, das dich trägt, das man in sich trägt. Perfektor! Wir haben die Power! Wir haben die Power! Die Zeit, die Schacht gibt dir für alles Kraft. Perfektor! Wir haben die Power! Wir haben die Power! Perfektor! Machst du Tiere besonders gern? Kümmern! Auch rechnen musst du lernen. Flugzeit! Hilf doch mal bei der Hausarbeit. Helfen! Für die Natur haltet ich bereit. Abenteuer! Mal die Welt von oben sehen. Das kann jedem auf entstehen. Powerfektor! Jeder hat ein spezielles Talent, woran man ihn erkennt. Was ist deines? Finde deinen eigenen Powerfektor heraus auf powerpartnerself.com